Und es kann weitergehen mit Fake Red Order und den Interludes. Beim letzten Mal haben wir die sehr schöne Interlude hier von der Werther Nido Chris gemacht. Nun haben wir uns eine weitere Interlude hier ausgesucht und zwar die von Liu Suwen, unserem großartigen Crit-Monster hier. Auch wenn er nicht natürlich meine Kategorie hat, hat er leider nicht mehr aktuell so viel zu tun. Aber wir wollen ihn noch ein bisschen öfter testen und deswegen machen wir natürlich seine Interlude und Strangling Quest. Und schauen wir mal, was der Härte-Werte-Heer hier so parat für uns hat. Und deswegen starten wir direkt mit seiner Interlude. Liu He Da Quang. Quing, quang, quang, quing, quang, quinky, quinky. Und er trainiert. Ha, ha, ha. Hm, I heard a Divine Spear. Liu Suwen was training, so I dropped her by to see what kind of rigorous regime he was putting himself through. To be honest, it's pretty plain. That's Ruta Vinci. Foo. Ka, ka, ka. You're right about it being plain. You admit it. My purpose is to own each and every one of my skills. The truth is, if you rip out someone's heart, they'll die every time. But it's not that simple now that I've become a servant. Still, death is inevitable even for us if your spirit core is destroyed. So, learning a new move as a servant seems like a waste of time. Honing skills I already have makes a lot more sense. Right, in learning a hundred skills choosing to refining one skill to perfection. I do not notice that it seems to be a common approach among servants. Although, there are also a lot of kings who are experts in all kinds of martial arts. They have different roles to play after they become king after all. An expert begins their journey at the same time as a place of their choosing. But a king does not often have the ability to make true choices. You're right. And I'm often lamented that. I'm actually better versed in archery. But if Saber is best as king, that is what I must choose. That's what he said. I wonder why. There are kings who manifested as archers and riders here. Ah, no. No. Gilgamesh is basically his own class. I wouldn't even call him an archer. And the king of conquerors is a rider. Mostly in the sense of standing astride his people. And in that same sense, Queen Map actually. Let's not talk about that. It's probably not appropriate to talk about that in front of me. This is good, liebe Leute. No, liebe Leute. So, I'm going to get a bit of a video. No. So, but that's what I'm going to do. I'm going to get a screenshot of this. This is actually good. This is actually good. So. Okay. By the way. Did the drama choose to be a Saber class? Because it is really the best. He's the best? No, it's because he's a romantic guitar. Anyway, it is the grass. Okay, Master. Thank you for waiting while I trained. Want to head to town for a briefer? Hmm. Without a commotion. It seems like he's coming from the town square. Is something happening? We don't know. I really know martial artists from the east of her is apparently here. He's an amazing lancer. And he has tons of disciples. I'm heading over there to check them out. Oh, martial artists in this land is a rare sight indeed. Hmm. I renewed martial artists, huh? Master, want to check them out and kill some time? Uh, kill some time or kill him? We're just gonna get a glimpse. A glimpse. Do you think it's alright? Fuuuuh? Kaka, 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 kaka. What? What? Ha ha ha! Secret technique! Ultimate Moser Lens! This is annihilated, mind you. Sir Master's Lens technique! There are numerous annihilated techniques that branch from an egocentric dance. He's the greatest martial artist who's never lost after one of the battles. Woo! What the hell are you doing, mustard face? Yeah, amazing! Huh. Somewhat. Kaka, 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 kaka. I wanted the North American ladies to go gaga over me as a martial artist. Bring with all rental flavor my plan worked flawlessly. You think so? At least you haven't fumbled yet. The longest journey begins with a single step. Yeah, amazing! Used as a proverb. But I haven't come across a maiden who's totally my type. Ah, is there no maiden out there who could see the true real me? You're way off from looking like someone from the East. Actually, you're totally a question. And you're not even a lancer! First and foremost, I did a... What is the idea you're doing here? For a special price, you can get a personal lesson from our great master. First come, first serve. Hey, I'd better get an end on this. Be calm, be cool. Oh, I'm not mad. This is such a pure taste. It's not worth watching. What? I just did something inexcusable. I'm nitpicking at captains, I mean, the master's lancer skills? It's a cheap trick. No more than a shadow of brute strength. Everything about it is wrong. You need to start afresh by swinging a hole around. Please go back to the sea. What did you say? Master, beat him up! Wait, I know where this is going. Oh man, I'm about to get my ass kicked, aren't I? Hey, I know where this is. Liebe Leute, man. Schaut euch mal an. Eigentlich waren wir alle glücklich, man. Li hätte sich nicht aufgeregt. Und Blackbeard natürlich auch nicht, aber scheinbar seine Crew kann er nicht im Zauber halten. Fatal Battle. so legen wir mal los oder da der menschen schiefgeben wir haben kurz vor so lange wird es alles in ordnung damit nur über keine kürze aber genau mein plan ist dass diese dann blackbeard fertig macht. So, passt. Schöne Karten. Sehr schöne Karten. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir uns schauen, dass wir dann einfach. Ah, verdammt, Mann. Alter, er grüßt, du auch, weiß man. Alter. So schlecht, Mann. So, wie machen wir das jetzt am coolsten? Eins. Ne, so. Und so, passt. Ich finde ihn ja eigentlich ganz so cool von der Spielweise, aber er ist halt wirklich so ein One-Hit-Ding und davon bin ich echt nicht so ein Kostefan. Der halt einen Move-Fett-Attacken macht und danach halt gar nichts mehr. Dafür bin ich jetzt nicht so der größte Fan. Aber okay, jetzt wird erst mal zerstört. Eigentlich kann man ja nicht mal ISO spielen, Mann. Habe mich aber so gefreut, dass ich ihn bekommen habe und ich nutze ihn leider fast nie. So. Aber jetzt wird erst mal ISO-mäßig zerstört. Warte mal. Wenn ich eine Karte tut, doch... Gibt es eine Cigarette? Äh, gibt nicht eine Karte von den Critstars? Schauen wir nicht. Egal. Jetzt wird Kyrus, Mann. Beste MP-Animation im Spiel immer noch. Eine der Beste. Kommt der Pick-Up? Ja! Damian, egal. So nice. Schön, damit. Bam! So, und dann noch ganz entspannt ausgewählt. Und zum Abschluss noch ein KKKKK-Kombo. Was über mir? Nee, ähm... Aber er bekommt nur ein Upgrade. Ich glaube, er bekommt nur noch ein Upgrade. Weil ich glaube, er kriegt ein Upgrade, mit dem man dann selber gritt das haben will. Nee, das Ding ist, dann kommt es ja wirklich so... Er macht keinen Einzug, äh, super, super, fett Schaden machen. Äh, und dann leider erst mal nichts mehr. Und das ist ein bisschen Schaden. Uh, Leute, Proof Day, Proof Day. Aber an sich ist das schon irgendwie cool zu spielen. Also, müssen wir mal öfter spielen. So, Leo, machen wir mal weiter. So, was machen wir denn da? Oh, da taucht natürlich der Level 100 Blackbeater auf. Was für ein Zufall. So, wir haben natürlich schon ein Team parat. Genau. Ja, passt. So. Und dann, äh, was ist nämlich hier denn... Die Kampfkurs hier zu verspotten geht gar nicht. Ha. Oh, Master, collapse, guschen blood from all his offices. You bastards. That's all it took. What a waste of time. That was a wonderful single shot. Amazing. From the teaching of Ba-Zi-Kwang. Actually, this is my fault. Fear not the one who knows a thousand kills, but rather the one who has obtained mastery of none. You should be more fearful of those who have polished their skin skill, rather than those who possess one thousand skills. I see. That's why you keep training and practice the same skill over and over. This can be applied to noble fantasies, which are a manifestation of heroic spirit legends. Master, never forget yourself. The truly terrifying adversary. No matter which path they've taken, are those who have reached their peak. I try my best. Now then, shall we go out for some tea? No, in this land, it should be alcohol. I don't often drink either, but let's get going. Hey, you trying to pick a fight? Sorry, I got too excited, but I don't feel bad. He was the one who picked a fight. What should we do, Blackbeard? He just knocked out, so I think he should be alright. But please be careful. The people in the bar seem unusually worked up. It's true. That huge and, yeah, hugely, uh... Nee, that huge and huggily famous martial artist is here. Huh? He's skinny and glass like a wolf, and he acts all big. That's a lie. Someone like that wouldn't come to come backward. No, uh, nowhere place like this. It's true. Come on, I'll show you. Fine. A huge martial artist? Hmm. I cannot allow the children to be exposed to a bad influence. He's like a fake like the one we saw earlier. Let's go, Master. Mr. Schwinn, you like kids, right? Oh, er wird rot. Well, perhaps a bit. As I am now, though, I am more a hungry wolf than an aged tiger. I'm not teaching kids martial arts now, right now. At any rate, let's go see the fake martial artist. Vielleicht ist er auch ein wirklicher. Wer weiß? Oh! That would be me. Was? That huge martial artist. Sissy, what are you doing? Was hast du mit Lenses zu tun? Truthfully, I myself do not know why I am here. I am beginning to suspect the horror possibility that I was summoned here as a one-off joke. Hey, it's him. Hey, show us your martial artsist. So there you have it. Leader Schwinn, if possible. I would appreciate if you would demonstrate your martial skills. My failing rocks and flaming fans would be a poor example of martial arts to the children. This will make you the heel in their eyes, do you mind? Better than that for them to mistake me for a martial artist. You're right. Then let's do this. Er hat den kompletten Sinn aller Interlustivus verstanden. Der Großteil des Terms wird einfach nur hinbeschwören. Einfach nur so random. Das kennen wir doch inzwischen. Voll cool. Okay, level, Leute. Dann? Weberleinchen? Keine Gnade für dich. So, dann? Kurz überlegen, kurz überlegen. Äh, machen wir den. Genau. Stellan? So, diesmal machen wir das anders als mit den Piraten. Wieso hat Weber auf einmal eine eigene Armee fällt mir gerade auf, man? Kannst du jetzt davon? Wo hat Weber seine eigene Piratentruppe? Ich hab keine Ahnung, man. Frag nicht nach der Logik, liebe Leute. Aber Logik in Franklin Road, das haben wir eh schon lange aufgenommen. Also, komm, weiter geht's. Deswegen geben wir euch jetzt erstmal einen schönen Ride. Oh, Leute, wir haben auch einen Weber. Aber, Leute, wir haben den guten Weber. Den nicht Fake Weber. Den nicht Fake Lancer. Marschallartes Weber. Auch wenn ich jetzt gerne gesehen hätte, dass er irgendwie so eine Lanze nimmt und versucht, hier einen großen Buß zu machen. Hättest du gar nicht zu ihm gepasst, Mann. Aber wäre super gewesen. So, Z-Huge-Martel-Arsch ist... Oh mein Gott, können wir gegen Silberton gewinnen? Ich glaube nicht. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Seid die Crit-Zelaster-Haut, meine gute Freunde. Crit-Monster-Hausi ist wieder unterwegs. Auf Wiedersehen, Weber. Es war mehr in der Erde. Oh mein... Oh mein Gott, wieso macht der Typ schon wieder 200.000 Scheine? Der ist zu, wie zu broke, Mann. Es macht halt irgendwie keinen Spaß mit ihm. Er ist einfach zu hart broke. Oh mein Gott, was gibt's hier? Proofs? Alle mit den Proofs? Wie man mich selbst öfters Zieltono spielt? Der ist ja... Das ist ja super, Mann, so wie die Drops hier sind. Ah geil, Gott, dann würde ich mal sagen, hau mir noch eine raus. Ähm, was nehmen wir? Wenn wir eine Merlin auf Anhieb zünden würden. Aber wenn nicht... Nehmen wir Skadi. Und ich nehme dann jetzt ausnahmsweise nichts Sansang oder sowas. Weil das kann ja jeder... Ich nehme jetzt hier mal ganz ausnahmsweise einfach mal meine Schütten Dozy Caster. Die wird's ja zwar nicht schaffen, irgendwas One-Head zu kriegen. Aber trotzdem, nehmen wir sie mal hier. I have been defeated. Bestes Schauspieler. Hey, strong! Das Ding ist, wir broke through these weird beams and rocks. Wah! Hey, mister, do you think we can do that too? Who knows, maybe you can. But in order to do so, it's important to live your life with sincerity every day. There's also a saying, with persistence a drop of water, howlers out the stone. I get it. My mommy tells me not to be lazy too. But we came over to watch this while we were on errand for mommy. Oh. Haha, that is fine. Of course, if you continue to act oddly like that man, such things will come back to abide you later. Hm. I truly got this short stick of... Uh, short end of the stick here. Good work. That is actually when I sense a stone nearby. Alright, that's amazing. Hm. Has someone connected to me been summoned? That may be why I was pulled into this. Children, remember to train in your art every day. Okay. Und nun im Wadahmarschart ist er wie. This is... What happened stands. What luck. I cannot hold myself back. Oh. They are... Assassin of... Senzuku. Heh heh heh. I see now. My manifestation here has... Um... It seems to have affected things. Guess I caused a bit of trouble, huh? Either way. Here I am. And here we meet. So we've got no choice, do we? True martial artist. Indeed. An opportunity like this. No. There will never be an opportunity like this ever again. I never imagined I would come face to face with something out of legend. The sclaring ass like a tigerbath. You have a further question. Deh. Lee or suven. It's a good thing the children are gone. K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k. Yes. My fists are deadly. People said what they would have wanted me about while I lived. But they were all correct. How could I call myself a martial artist if battle didn't get my blood pumping? Ah, this is why battle freaks are a pain. I suppose I must admit that I am no different. Take my fears with shadow first as your painting gift to return to you to the other life. First of young queen. Take it if you can. Ha. Of a spear on my bare hands. I'm not going to want in your weapons. The sclaring worked at chief for my entire life. Shall be unleashed. Brace yourself. Und am Ende haben wir einen martial artist gefunden. Auch wenn der doof ist, liebe Leute. Weil der ist irgendwie gemein und seltsam und irgendwie mag ihn nicht. Aber okay. Deswegen umso gerne wisst ihr jetzt hier von... Ach, Leute, wer heißt der nochmal? Magical Oni... Ach, wie war der nochmal? Ihr Name? Magnifender... Magnifender Oni, oder so? Oh, und sogar ein wunderschöner Chain mit ihr. Vielleicht sollten wir doch ihre Skills mal levelen. Aber dann sehe ich Bones und denke mir, äh, vielleicht auch nicht. Denn Bones sind und bleiben die schlimmste Bad Sifties gibt. Und weiter. Weiter. Bist du übrigens ein Team? Dann können wir mal fragen, oder? So, NPC, Critical Rater, ne, brauche ich nicht. So. Und wenn es gut läuft, äh, zumindestens... Ja, wir werden schon so um die 200 km schaden machen. Los geht's, Magnifender Girl. Ich meine, wie gesagt, wir hätten's, äh, instakieren können. Aber das wäre zu langweilig. Wir müssen ja ein bisschen switchen, oder? Alter. Alter! Okay, cool, hat mir auf einmal ein Leben untergegangen. Haha, der Black Raid hat mich immer fast gekillt, man. Oh mein Gott, Mann. Das war Damage, meine guten Freunde. Ich dachte nicht, dass ich so viel machte. Ich dachte, er hat so 200 km... Ach, die haben 500 km gemacht. Oh mein Gott. Und wir hätten ja noch die Chain gehabt. Schaden, Schaden, more, show me more. True of our landfists, can you reach the true pinnacle? You're too slow, Brutophil answer. Nothing wrong with saving it to F4-1strike, but your emotions have gotten the better for you. I see through you. Hmm? I'm getting this, you're just watching this. I can tell who's got the upper hand. Hardblooded, not a problem. To be called a divine spear, and keep cool. I'm not there yet, but it's still not enough. Not enough. I'll show a lion's spear as one that will crush a swift fist. If not, I would be embarrassed to even use my second name of divine spear. There. That's nothing. Never take a fist to a spear fight, what? Hmm, this is the end. Even with the benefit of my spear, I stand here at a disadvantage. Perhaps I need to abandon my second name of divine spear. Sheesh, my random is the skillful star. With that flimsy spear against my fist, you managed to dodge, parry, and attack. Just when I thought your attacks were almost too direct, you start throwing a whimsical twist. Let me guess. You've got a bad personality, right? Of course. Same goes with you. I can see your wicked personality through your fists and footwork. Skillful star, young queen. I'd like to rematch one of these days. Nice. That's why I love martial artists. Fine, fine. I swear, by TNQ, I sweep your spear and your fist aside. Okay now, to deep my old friendship, let's go out drinking. No. Not in our drinking hall. Shall we go play a round of go in the bamboo forest? You've got a taste of an old man. I just don't like her to drink. And not when you're only alcohol, tea especially. Sheesh, guess I have no choice. I go along with what you want today. But in exchange, next time, you're gonna have to do what I want. We are gonna drink, eat, sing, and dance. And that, I too will have no choice. Well, pardon me on the singing and dancing part, okay? Did they just become friends? Looks like it. That's good, Semper. Since they both martial artists, I'm sure they have a lot in common. Once their game of go is done, let's all ready to shift home. Good work. So, wir haben nichts gemacht. Okay, liebe Leute. Wir haben sicher als die Drohne bekämpft. Aber das ist so ein Death Battle to the Max. Das ist immer eigentlich geworden. Also, dann würde ich mal sagen, schöne Sache. Gut gemacht, Lee. Und wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut beim nächsten Mal geht's weiter. Und vielleicht machen wir noch die ein oder andere Internet-Dote. Bis dann, haut rein zumindest. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.